Kaba – Beyond Security Herr Mustermann und die Schließanlagenverwaltung Das ist Herr Mustermann. Er ist verantwortlich für die Zutrittslösung und kümmert sich also um die Sicherheit im Unternehmen. Dabei wird er von Kaba beraten und unterstützt. Und hier arbeitet Herr Mustermann. Es läuft sehr gut im Unternehmen und es wächst. Das ist für Herrn Mustermann eine Herausforderung. Für die zunehmende Anzahl an Mitarbeitern und Räumlichkeiten muss Herr Mustermann alles rund um die Zutrittsberechtigungen organisieren. Die Medien und Schlüssel werden an den einzelnen Standorten ausgegeben. Eine übergreifende Lösung muss her. Herr Mustermann entscheidet sich für Kaba Exos. Warum? Ganz einfach. So lassen sich Schlüssel, elektronische Ausweise und sogar kombinierte Medien in einem System verwalten. Genau das, was Herr Mustermann braucht. Die Medienverwaltung wird einfach und sicher. Die Vergabe von Zutrittsrechten kann er zentral und dezentral organisieren. Schließlich kann Herr Mustermann nicht an allen Standorten gleichzeitig sein. Die Ausgabe der Zutrittsmedien erfolgt lokal. Die Übersicht zu allen Ausgaben und Rückgaben hat Herr Mustermann trotzdem vom Schreibtisch aus. Er kann jederzeit nachvollziehen, was gelaufen ist. Ganz einfach und bequem. Mit dem SmartKey bietet Kaba sogar eine extra schlaue Lösung. Dabei wird der mechanische Schlüssel durch ein elektronisches Medium ergänzt. Die Mitarbeiter brauchen dank dem Kaba SmartKey keine zusätzliche Zutrittskarte. Alle individuellen Berechtigungen sind in einem Medium vereint. Alle freuen sich, dass die Suche nach dem passenden Ausweis oder Schlüssel ein Ende hat. Egal ob Schlüssel oder elektronische Medien, Herr Mustermann hat jederzeit die Übersicht über die Zutrittsrechte von allen Personen. Das bedeutet Transparenz und bietet mehr Sicherheit für das ganze Unternehmen. Dafür dankt der Chef Herrn Mustermann ganz persönlich. Das ging ja leicht, denkt der Chef und kündigt an. Sein Unternehmen soll bald weiter wachsen. Kein Problem mehr für Herrn Mustermann. Das Kaba Exos Zutrittssystem lässt sich ganz leicht erweitern. Und so profitiert er auch in Zukunft von vielen Vorteilen. Alle Schlüssel und elektronischen Medien in einem System. Zentral und dezentral verwalten. Jederzeit die Übersicht und alles ist nachvollziehbar. Komfort mit SmartKey. Transparent und sicher. System einfach erweitern. Eines ist jedenfalls sicher. Herr Mustermann wird auch in Zukunft immer auf den richtigen Partner setzen. Kaba. Beyond Security.